Musik 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 Es handelt sich um einen alten zwei Stück der 1755 als Erweiterung der vorherigen Gebäude des 15. Jahrhunderts erbaut wurde. Musik Ein Doppelbogen, der von zwei Bossenbergsäulen aus Tufstein getragen wird, fällt wegen seiner Pracht ins Augen. Er geht aufs 18. Jahrhundert zurück und in der Mitte schwebt ein Engel. Musik 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 Musik